all right und da legen wir los mit mario kart 8 deluxe übrigens leute ihr spamt zu viel ich kann kaum was lesen jetzt fahr fahr ludwig ist hinter dir hey dummy was ist das warum funktioniert das nicht es kommt halt ansonsten kein racer ja jetzt geht der heute ist der stream der box wieder eingefroren ein schlag mich nicht das turnier ist nur für deutsche spaß von da aus hätte ich dann nicht viel machen können schlechter drift schlechter drei ich komme zu dir der unwiderstehliche geschmack von karamell und schokolade ist so line cereals dieses frühstück verdient respekt wird groß auch nicht trennung konfirm also die banane alter und da krieg es noch irgendwie hin hat wohl auch das mikro getroffen bin auch mal gespannt was sich dann noch tut in sachen mario make of the switch also begrüßen würde ich es nicht ja da bin ich sogar richtig gebremst ne gebremst vor allem ich werfe jetzt auch keine items nach hinten ich will nichts mehr riskieren hier ja meine red shell ist aber weg und die green shot bin ich getroffen die ist an meinem ohr vorbei mein trommelfell hat schon vibriert mein trommelfell vibriert natürlich da muss ne blue shell kommen wieder alles zerstören ist klar ja die blue war auch noch let's chill red shell genau sind wir alle hier auf der party ja meine fresse ist ein kreis bedroht f*** dich f*** dich fahl viel Deutschland am Sonntag fehlt am Sonntag nein du blöde Kuh jo dann hätten wir die konfigura- f*** shillings Saison hä ich hab doch drei Bananen wie konnte ich getroffen werden die Videos die hochgeladen wurden die wurden am am selben beschissenen Tag erstellt und ich hab keinen bock mehr und dann läuft gerade irgendein Bauarbeiter im Hintergrund rum und schaut was ich da mache Alter wie auffällig der guckt Hey Dummy hast du vielleicht noch irgendwelche Worte für den Schluss? Ich hab jetzt echt nochmal in die Hosen geschissen 10 out of 10 IGN